Willkommen zum heutigen Mini-Video. Ich schaff's leider jetzt nicht aufgrund der Zeit noch was zu husteln. Jetzt ist er gleich Livestream. Daher zeig ich euch geschwind, was für Skins es jetzt gibt. Also im Livestream. Der Livestream ist jetzt um 18 Uhr. Jetzt. Kommt, wenn ihr das Video geschaut habt, direkt rein, okay? Link ist in der Beschreibung und ganz oben im angepinnten Kommentar. Es gibt wie immer vier Dinge. Für jeden. Man muss kein Abonnent sein oder irgendwas. Diese Giveaways sind immer für alle. Man bekommt zwar als Abonnent nochmal extra Kram, aber das, was ich euch jetzt zeige, ist für alle. Auch du kannst mit dabei sein. Wo ist das jetzt nochmal, verdammt? Ah! Da! Zack! Einmal gibt es eine Nova Hyperbeast. Noch was Kleineres. Ja, es gibt immer eine größere und eine kleinere Sache. Eine MP7 Powercore. Boom, boom. Aber vielleicht ein bisschen schicker. Komm. Zack! Obwohl die auch viel testet ist. Hä, sind die beide? Okay, die ist halt einfach öfter hingefallen. Des Weiteren gibt es einen Sticker und zwar den, hoppala, Stand-Sticker für euch. Diesen hier. Wutsch! Und ein Grafhundl. Irgendeins. Für alle, die jetzt noch nie in den Streams waren oder sich mit meinen Streams nicht auskennen, es gibt immer vier Gewinner. Das heißt, diese vier Sachen bekommt nicht einer auf einmal, sondern es kriegen eben vier Leute jeweils eine von diesen Sachen. In meinen Livestreams ist immer ein Bot aktiv. Der erkennt euch als User und zählt für euch Stunden mit. Ihr bekommt ganz normal, wenn ihr den Stream anschaut, halt einfach Bubble Dollar. Das ist unsere Stream-Währung, die Bubble Dollar. Es gibt sogar eine offizielle Bubble Dollar Note. Die werde ich, ja ne, ich werde es nicht schaffen, zeitlich die jetzt hier einzublenden, bis ich die gefunden habe. Ja, also Bubble Dollar sammeln durch einfaches Zuschauen. Und wenn es dann soweit ist, gibt man einfach Ausrufezeichen Enter ein. Sobald das Giveaway eröffnet ist, das sage ich dann immer im Stream, Leute, Achtung, jetzt mache ich das Giveaway auf. Dann gibt man Ausrufezeichen Enter ein, man hat drei Minuten dafür Zeit. Und dann drücke ich auf Gewinner ziehen und der Bot sucht halt zufällig einen Gewinner raus. Das machen wir dann viermal und dann haben wir unsere vier Gewinner. Die Giveaways sind immer irgendwann im Stream. Also kommt in den Livestream, wir sehen uns, gell, Kinders? Ich werde die Qualität jetzt fett runterschrauben, weil ich mich hier eh fast nicht bewege. Bam, 720p Video incoming. Aufgrund der Zeit. Oh Gott, das ist schon 20 vor. Aufgrund der Zeit. Oh Gott.